Was macht ihr beiden denn da, he? Seid ihr zwei ganz freche Katzen, he? Seid ihr zwei ganz freche Katzen, he? He? Es regnet. Versteckt ihr euch da unter dem Baum? Hm? Die andere ist da hinten, bei den Hühnern, guck mal da. Die will ein bisschen von dem Brot essen. Hühner sind alle reingegangen, fast alle. Ein Kampfhühnchen läuft hier nur rum und die Kleine. Hey, Schwester, Puppe, ja. Ihr habt mein Bäumchen kaputt gemacht, ne? Regnet. Oh, 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 oh. Nochmal. Was hast du denn da, hm? Warum gehst du da hoch? Hm? Warum gehst du denn da hoch? Hm? Oh, wie süß. Das war jetzt aber zu unheimlich hier. Manu. Das sind meine Schwestern, hm? Wo sind die hin? Die anderen da unten spielen, die. Die spielen unter dem Baum. Die schwarzen sind, glaube ich, rein, die dicken Hühner. Aber die sind noch draußen und das Kleine auch. Die Kätzchen sind hier. Guck mal. Die Kätzchen sind hier. Die Kätzchen sind hier. Da kommst du nicht raus, Schatzi, doch da ist eine Lücke oben. Da kommst du nicht raus, Schatzi, doch da kommst du nicht raus, Schatzi, doch da kommst du nicht raus. Hallo? Hallo? Ja, 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 da am Müll. Am Müll. Am Müll ist eine, ne? Du hast keine Lust zum Müll zu gehen, hm? Keine Lust dahin zu gehen, hm? Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo? Ja, hallo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.